Funktion, aber ich will eines, ich will mich als Parlamentarier auf derselben Augenhöhe mit Ihnen unterhalten und auch befassen, auseinandersetzen. Aber es kann nicht sein, dass die Gewerkschaften das Parlament dominieren und es kann auch nicht sein, dass Gewerkschaften als geheime Wahlkampflokomotiven auf der einen Seite für die SPÖ oder bei den Lehrern für die ÖVB benutzt werden. Auch das kann und darf jetzt nicht gehen. Liebe Kollegen von den Grünen, wenn Sie von Lohnerhöhungen sprechen, dann muss ich eines schon sagen, das Geld, das man verteilt, muss zunächst einmal verdient werden. Und dazu muss der Staat die Voraussetzungen schaffen. Und da finden wir eine Regierung vor, wo Fragmente dieser Regierung hinter mir sitzen, die in fünf Jahren nichts zustande gebracht hat, in wesentlichen Bereichen in diesem Land, im Wohnbau, in der Bildungspolitik, in der Steuersenkung, in der Wettbewerbsankung etc. Da haben Sie versagt, da haben Sie nichts zustande gebracht. Und über das müssen wir auch reden. Ich habe es satt, dass man hier fast unisono, dass die Jobsituation schon redet. Es fließt Milch und Honig in diesem Land, höre ich laufend. Das ist nicht so. Wenn Sie das Format lesen, dann wissen Sie, dass wir eine veritable Jobkrise haben. Dass in Österreich ein Paradeunternehmen nach dem anderen in die Pleite schlittert oder in die Pleite schlittern kann. Alpine als Flaggschiff. Und Sie haben eine ganze Liste, Kollege Dolinchen hat es heute bereits vorgelesen, hier im Format drinnen, nicht vom BZÖ, Niedermeier, 97 Mitarbeiter verlieren den Job, Siemens bis zu 1.000 Mitarbeiter. Da hat mir das letzte Woche ein Kollege von Siemens gesagt, die Gewerkschaft, und ich hoffe, Sie sind hier meiner Meinung, wird ihn nur dann vertreten, wenn er auch Mitglied dort ist. Also wenn man den Beitrag nicht zahlt, ist das kein Arbeitnehmer. Ein Arbeitnehmer zweiter Klasse hat das verurteilt. Das ist ein freier Verein, ein privater Verein. Aber ich denke, das sollte schon, wenn man schon so stark auftritt, auch für alle Arbeitnehmer gelten. Und die Liste geht weiter. Daily, 43 Personen. Triumph, 53 Personen. Greiner, 100 Personen. Und, 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 und. Bis hin zu AT&S. Kollege Andrusch, sei denn hier erwähnt. Das heißt, Sie haben hier ein echtes Problem, dass man Zehntausende Arbeitsplätze in Gefahr sehen werden. Und da gilt es entsprechend zu handeln. Gleichzeitig 400.000 Arbeitslosen in diesem Land. Und da kann dann der Kollege Hunstorff als Minister nicht hergehen und sagen, wir haben eine solide Ausgangslage. Eine solide Ausgangslage, meine sehr geehrten Damen und Herren. Bei 400.000 Arbeitslosen, die haben wir mitnichten. Wir haben eine schlechte Ausgangslage. Natürlich, wenn ich mich vergleiche mit Griechenland, mit Spanien, Italien, Portugal, dann ist sie solide. Ich möchte mich aber mit den konkurrenzfähigen Ländern vergleichen. Und daher brauchen wir echte Maßnahmen, die uns nach vorne bringen. Und nicht nur wahlplakative Versprechen, wie auch von der ÖVP. 400.000 Arbeitsplätze werden sie schaffen, habe ich unnächst gelesen. Ja, wo denn, Kollege Kopf? Wo denn? Sie als Politiker schaffen 400.000 Arbeitsplätze. Nein, mitnichten. Nein, mir fehlen die Aktivitäten. Und daher brauchen wir eine echte Steuersenkung in diesem Land, die wir durch Reformen leisten müssen, gegenfinanzieren müssen. Wir haben das vorgeschlagen. Wir haben die Vorschläge auf den Tisch gelegt. Der Nürnberg genügend Geld hat. Der kleine Mann von der Straße, den angeblich die SPÖ vertritt. Dann kann er auch den Konsum wieder ankommen und was ausgeben. Dann kann er sich das Wohnen leisten. Dann kann er sich das Danken leisten. Dann kann er auch die Kinder ordentlich ausbilden lassen. Und das ist für mich ein zentraler Punkt. Oder wir wollen etwa haben, dass man die kleinen Betriebe, die EPUs, die KMUs besser finanziert, die von den Banken oft keine Kredite mehr bekommen, wegen Basel 3, was uns auch ins Haus steht. Basel 2 ist in Kraft, Basel 3 wird kommen. Noch höhere Eigenkapitalanforderungen. Na, was macht man denn? Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ohne Polemik. Bevor wir Kredite vergeben zur Euro-Rettung an Banken, an Pleite-Staaten oder sonst jemandem, geben wir doch diesen kleinen Betriebsmittelkrediten. Staat-Kredite bis 100.000 Euro und übernehmen wir dort als Staat die Haftung, weil das Geld irgendwo in der Ägäis zu versenken. Oder gehen wir her und geben wir den Konsumenten etwas zurück. Stichwort Handwerker-Bonus. Warum kann nicht jeder von uns im Jahr 1.200 Euro bei der Steuer absetzen, wenn er das Handwerkern gibt, das Gewerbe vor Ort, die Betriebe, die angestellten Arbeiter dort beschäftigt? Dann soll er das 20 Prozent davon von 1.200 Euro maximal absetzen können. Auch eine Idee des BZ2. Eine weitere konkrete Idee, die mir die Regierung schuldig geblieben ist, die 1 Euro GSMBH. Das gibt es bereits in Italien. Da hat man innerhalb eines Jahres über 3.000 Unternehmen gegründet. Unkompliziert, rasch, unbürokratisch und damit Arbeitsplätze auch gesichert. Denn eines sage ich schon, und da können wir uns nicht stolze von der Regierung. Wenn die Weltbank 185 Staaten vergleicht und wir bei den Rahmenbedingungen für Unternehmen nur auf Platz 29 liegen. Und bei der Unternehmensgründung liegen wir sage und schreibe auf Platz 134. Das müsste besonders die ÖVP ins Herz treffen. Also wo ist die Unternehmerpartei? Mit Lichten sind sie das. Denn als Unternehmer brauchen Sie, um einmal eins aufsperren zu können, rund 28 Tage Spießruten in den Lauf zwischen MPN und Behörden. Und acht Amtswege. Da kommen dann dazu die Bankgeschäfte, das Firmenbuch, das Gewerberegister. Beim Notar müssen sie an den Rechtsanwalt brauchen sie vielleicht noch. Dann müssen sie zur Wirtschaftskammer gehen. Und vielleicht auch das Arbeiterkammer, wenn wir unseren Arbeitnehmer brauchen. Und Zwangsbeträge müssen sie auch gleich zahlen, bevor sie anfangen können. Das sind die Dinge, wo man in der Wirtschaft auf die Wurzel gehen muss, um das abzustellen. Und daher, oder ein anderes Beispiel, Thema Bildung. Wir haben 75.000 Jugendliche, die keinen Pflichtschulabschluss haben. Das ist schrecklich, das ist furchtbar. Und da sage ich ganz ehrlich, da müssen wir was tun. Da müssen wir helfen. Und daher wollen wir auch eine Arbeitsmarktreifeprüfung haben. Wir wollen die so lange ausbilden, wie sie rechnen, lesen und schreiben können. Ganz einfache, banale Dinge. Und der Unternehmer daran weiß, wenn ich den nehme, der kann das auch. Und das ist auch ein Profit für mein Unternehmen. Also das wären die konkreten Ansätze, die man rasch umsetzen kann. Und bei den Gewerkschaften, es gibt sicherlich viel Sonnenschein, es gibt aber auch viel Schatten. Ich sage jetzt nicht mehr die BABAK. Ich konnte es eine Stunde lang reparieren. Ich will das nicht. Ich will da gar nicht nochmal dumm graben. Aber es scheint mir schon so zu sein in weiten Bereichen, dass man da manchmal auch versucht, die Gewerkschaften zu missbrauchen, auch in Wahlkämpfen. Und wir werden das wieder erleben. Und wir werden das auch aufzeigen. Weil das kann es ja wohl nicht sein, dass hier private Vereine dann auf der einen Seite für die ÖVP und auf der anderen Seite meine Lehrer dann für die ÖVP Kampfstimmung machen. Das ist völlig daneben und darf nicht akzeptiert werden. Die haben andere Aufgaben. Aber wenn der Herr Präsident da hinter mir sitzt, den ich privat sehr schätze, er ist in Wahrheit ein Großmeister des Beamten, mit dem Motto, wer sich zuerst bewegt, der hat doch schon verloren beim Lehrerdienstrecht, was sich da in den letzten Wochen abgespielt hat. Warum sorgen wir nicht endlich einmal dafür, dass wir in diesem Land ein gutes Lehrerdienstrecht kriegen, wo Leistung sich auszahlt, für die Lehrer genauso wie für die Schüler? Warum tun wir denen das nicht? Und warum? Und das versteht kein Arbeitnehmer. Das versteht kein Arbeitnehmer, dass jeder normale 40 Stunden arbeiten muss, der Lehrer kommt mit 20 Stunden aus, im Betrieb. Das kann man ja auch ändern, wenn man will. Das wäre Gerechtigkeit. Und dass man eine Gratis-Nachhilfe gibt im Sommer für Schüler, die es nicht ganz so leicht haben, zwei Wochen vor Schulbeginn, dass man dort die Lehre einsetzt. Auch das wäre sinnvoll. Und daher sage ich nur, weil es der Fritz so will, bleibt es bei unseren Schulen weiterhin still. Und das darf nicht sein. Und ich lade daher auch die ÖVP ein, hier Schwung hineinzubringen bei der Bildungspolitik, weil auch das eine Standortfrage ist und weil auch dafür die Gewerkschaften verantwortlich sind und sich auch ein bisschen bewegen sollten. Es gäbe keine solide Ausgangslage in Bezug auf die Arbeitslosigkeit in Österreich. Mehr als 300.000 Arbeitslose sprechen eine andere Sprache, sagt Rainer Wittmann vom BZÖ. Und jetzt...